Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute wollen wir euch unsere Erfahrungen mit dem Neudorf pH-Wert-Testset mitteilen. Viel Spaß! In einem anderen Video haben wir euch gezeigt, was es beim Kalken des Rasens so alles zu beachten gibt. Unter anderem entscheidet der pH-Wert des Bodens, wie viel Kalk ausgebracht werden muss. Daher haben wir mit dem pH-Wert-Bodentest-Set von Neudorf unseren Boden vor dem Kalken überprüft. In der Packung sind 8 Pulverpackungen, ein kleines Fläschchen destilliertes Wasser und ein Untersuchungsröhrchen. Dazu gibt es ein umfangreiches Zettelchen mit genauen Beschreibungen, wie der pH-Wert-Test durchgeführt werden soll bzw. wie man die Bodenprobe nehmen soll. Wir haben auf unserem Rasen insgesamt an drei Stellen eine Bodenprobe aus etwa 10 cm Tiefe genommen. Ihr könnt dies mit einer kleinen Schaufel machen oder mit einem alten Messer. Viel Material braucht ihr nicht. Wir haben es mit unserem Unkrautstecher von Gardena gemacht, die bequeme Variante. Wir haben je Probe etwas Erde abgestrichen und in einem kleinen Topf gesammelt. Anschließend haben wir alle drei Bodenproben ordentlich durchgemischt. Nun geht es an den eigentlichen Test. Zunächst geben wir etwa 10 mm Erde in das Untersuchungsröhrchen. Unsere Erde war etwas feucht, so dass es etwas am Röhrchen festsaß. Idealerweise könnt ihr nach der Probennahme etwas warten und die Erde trocknen lassen. Auf der Seite der Verpackung befindet sich eine Skala, auf der man in etwa ablesen kann, wie viel man in das Untersuchungsröhrchen füllen muss. Nach der Erde kommt nun das destillierte Wasser. Das Untersuchungsröhrchen füllen wir bis ca. 35 mm auf. Auch dies können wir mithilfe der Skala abmessen. Nun muss noch das pH-Bodentestpulver in das Röhrchen. Dazu haben wir uns aus einem Stück Papier einen kleinen Trichter gebastelt, so dass wir auch nichts verschütten. Das klappte recht gut. Ist alles drin, kommt noch das Stopfen auf das Röhrchen. Nun muss 30 Sekunden kräftig geschüttelt werden. Nach dem Schütteln muss man warten, bis sich die Lösung absetzt. Dies hat bei uns etwa 10 Minuten gedauert. Mit der Zeit konnte man schon eine recht deutlich blaue Färbung erkennen. Nun haben wir mithilfe der Skala geschaut, wie der pH-Wert unseres Bodens ist. Wichtig ist hier, dass man das Röhrchen ins Gegenlicht hält bzw. Gegenlicht betrachtet. Andernfalls enthält man wirklich eine komplett andere Farbe. Der pH-Wert unseres Bodens liegt zwischen 5 und 6. Auf der Kamera kommt der Grünstich leider nicht so gut rüber. Da wir relativ schweren und teilweise lehmigen Boden haben, haben wir uns also in diesem Frühjahr den Rasen gekalkt. Unser Video dazu findest du in der Infobox. Im Beiblatt des Bodentestsets findet man Angaben darüber, wieviel Kalk man verwenden sollte. Unser Fazit. Das Neudorf Bodentestset ist ein einfaches und günstiges Testset, mit dem man relativ schnell und einfach den pH-Wert ermitteln kann. Diesen erhält man jedoch nur grob angezeigt über eine Farbskala. Für unseren Rasen oder auch für ein Gemüsebeet ist das aber absolut ausreichend, wie wir finden. Einen Pluspunkt gibt es auch für die beiliegende Anleitung, die die Probenentnahme und die anschließenden Kalkungen super erklärt. Möchte man größere Flächen oder regelmäßig über das Jahr hinweg den pH-Wert bestimmen, empfehlen wir jedoch die Anstaffung eines etwas teureren digitalen Messgeräts. Hier solltet ihr auch nicht die günstigste Variante kaufen. Hier lohnt es sich durchaus auf Qualität zu setzen. Wir haben in den letzten Jahren bereits einige günstige Modelle getestet. Auch hier wurde der pH-Wert mit einer relativ großen Schwankungsbreite angezeigt. In unserem Gartenmagazin haben wir dazu bereits einen Artikel verfasst. Diesen haben wir euch unter diesem Video nochmal verlinkt. Den Link zu dem Neudorf Bodentestset haben wir euch ebenfalls unter dem Video verlinkt. Für knapp 10 Euro gibt es das Set zu kaufen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!